Frequent Traveller TV Weekend Update. Woche 4 2021. In der heutigen Ausgabe geht es um Fluggesellschaften wie zum Beispiel KLM, die ihre Strecken einstellen. Ja, und zwar Langstrecken. Qatar Airways nimmt neue Strecken auf. Es zeigt einfach mal, wie fragil diese Zeiten sind und wie je nach Region die Maßnahmen sich wirklich auch unterscheiden. Belgien und andere Länder haben sogar touristische Reisen verboten. Dänemark verbietet Flüge aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und natürlich dann fordert die EU einen Reiseimpfpass, was natürlich Sinn macht, um das Reisen mir zu erleichtern. Auf der anderen Seite hat die Lufthansa Probleme mit Leerflügen, denn sie haben gedroht, wenn die Slot-Regelung nicht weiter außer Kraft bleibt, dass sie dann Flüge für 9 Euro anbieten. Ihr wisst ja wie immer, ihr findet alle Informationen zu dieser YouTube-Show in den Shownotes. Unter anderem in der heutigen Ausgabe findet ihr folgende Themen. Nicht mehr alle Masken auf Lufthansa-Flügen erlaubt. Boeing 777 kommt wohl erst 2024. Israel fliegt nicht am Sabbat. Und IHG-Punkte kaufen, ja oder nein? Lufthansa Group schränkt die Ausnahmen von der Maskenpflicht ein. Ein Fliegen mit der Maske ist ja mittlerweile zu einem Standard geworden und jetzt soll es aber sogar so weit sein, dass man nur noch FFP2-Masken nutzen darf oder aber die Chirurgenmaske. Ihr kennt die ja in den Farben, grün, blau, pinke habe ich auch irgendwo mal gesehen. Wer sich also von dem Ganzen befreien möchte, muss einen negativen Covid-Test bringen und es muss auf dem Vordruck, auf dem PDF-Vordruck von der Lufthansa sein. Und diese Pflicht, die es ja seit dem 1. September mit der Maske zu tragen gibt, wird jetzt auch erweitert ab dem 1. Februar auf diese mehr funktionellen Masken. Und wichtig, wichtig, wer sich wirklich da nicht mit der Maske an Bord begeben möchte, muss einen Test mitbringen und einen negativen Covid-Test, der nicht älter ist, als 48 Stunden. Und dieses wird wirklich auch auf der Webseite kommuniziert. Also die Lufthansa hat es auf allen Social-Media-Kanälen sowie per E-Mail und auch wenn man einen Flug bucht, ja publiziert. Also es kommt da wirklich raus und da kann man sich nicht mehr herausreden, warum das Ganze passiert ist, ist natürlich auch logisch, weil natürlich die Leute, die diese Maßnahmen, ja, ich will nicht sagen ablehnen, das natürlich ausgenutzt haben. Und da haben auch angeblich Zahnärzte einem eine, ja, eine Befreiung von der Maske gegeben. Insofern ist das ein Problem und man hat sich da nach der Bundesregierung gerichtet, die halt wirklich im Public Transport gesagt hat, dass man diese Maske tragen muss. Und wir können uns auch einfach froh, ja, froh stellen, hätte ich fast gesagt, aber froh sein, dass wir nicht noch das Face Shield tragen müssen, wie es zum Beispiel bei Qatar Airways sein muss und ist. Und bei KLM, ja, das hatte ich ja schon gesagt, die haben zum Beispiel auch die europäischen Destinationen, die eine Übernachtung beinhalten, seit dem 20.01. eingestellt. Also insofern ist das mit der Maske doch gar nicht mal so schlecht. Aber schreibt doch einfach in die Kommentarspalte, was ihr davon haltet, ob das eine sinnvolle Pflicht ist, dass die Maske FFP2, Chirurgenmaske oder KN95 vermerkt hat. Also das heißt nicht nur vermerkt, sondern auch zertifiziert ist dafür. Ein weiteres Thema bei der Lufthansa ist und bleibt die Boeing 777-X. Warum? Ganz einfach. Die ist das neueste Flugzeug, was zur Lufthansa kommen soll und auch Flugzeuge ersetzen soll. Wahrscheinlich sogar die 340-600er, die laut Aussage von Carsten Spohr diese Woche, kommt nie wieder zurück. Also das heißt, wir haben wieder ein Flugzeug weniger mit der First Class. Und Fluggesellschaften wie Emirates, Qatar Airways, Kesapea Pacific, sogar Singapur Airlines haben dieses Flugzeug geordert und warten darauf. Emirates hat ja auch gesagt, ja wir sind nicht glücklich damit mit dem Flugzeug und wir nehmen das Ding nicht ab, wenn es nicht das bringt, was wir unterschrieben haben, was ihr uns versprochen habt. Wir haben das mit dem 380er erlebt bei Airbus, die haben dann noch rumgefriemelt an der Maschine drei Jahre lang, um alles so hinzubekommen, wie es sein sollte. Also das heißt mit dem Triebwerk. Und das ist übrigens auch ein Flugzeug, was damit ersetzt werden soll. Also diese Triple-Servant soll die 747 und sogar die 380er ablösen. Und eigentlich sollte sie sogar schon fliegen mit Passagieren an Bord. Ja, ist auch das längste Flugzeug, glaube ich. Aber es gibt wieder Verzögerungen und man hat ja spätestens nicht seit der 737 bei der Boeing gemerkt, dass so etwas sehr, sehr schlecht kommt, wenn man da Shortcuts macht. Und da muss man halt wirklich schauen, dass das alles in Ordnung ist. Oder hat das andere Gründe? Hat es wirtschaftliche Gründe, dass Boeing sagt, hey, wir wollen die Produktion da nicht aufbauen, weil wir da nicht die Flugzeuge loswerden? Auch eine Möglichkeit. Aber wir als Lufthansa-Fans, also ich bin zumindest ein Lufthansa-Fanboy, ich weiß nicht, was ihr seid, schreibt es unten rein, ob ihr Lufthansa mögt oder nicht. Ganz, ganz wichtig. Ich mag es. Schreibt eure Meinung. Ich freue mich. Wollt ihr und will die Business Class einführen auf der Triple 7X? Ihr erinnert euch, das war ja auch der Grund, warum man die 5-Sterne-Bewertung bekommen hat. Weil die Business Class, die kommt, sensationell sein soll. Warum? Ganz einfach, weil das dann State of the Art ist. Aber das Flugzeug ist, ja, es ist noch nicht zu sehen. Man kann gucken. Kein Flugzeug zu sehen. Also deshalb kann man das Flugzeug, ja, wahrscheinlich erst 2024 in der Flotte erwarten. Und die Lufthansa hat ja auch gesagt, dass das Flugzeug gut ist und man bei Lufthansa, ja, Boeing vertraut und die auch wirklich im Programm soweit sind. Also insofern wirklich die Frage, ob das mit der Corona-Krise und Wirtschaftsgründen so ist. Aber lasst uns nochmal kurz zum Interior eingehen, weil nämlich die Lufthansa auch in der Triple 7 9X, um ganz genau zu sein, wie sie heißt, die neue Business Class einführen will. Sondern auch eine neue Premium Economy und vielleicht sogar auch eine Premium Business. Ganz genau, weil es gibt bei der Lufthansa Sitze, die haben 2,20 Meter, kommt für mich mit meinen 2,01 Meter natürlich komplett zum Vorteil, Sitze, die halt top sind und mehr Platz haben als ein First Class Sitz. Wir müssen einfach aber abwarten, bis wir diese Sitze im wirklichen Leben ausprobieren können. Ich freue mich da schon drauf. Ja, Premium Economy Sitz, ich hatte es ja erwähnt, ich weiß nicht, was kommt. Also es soll halt abgegradet werden, auch wenn man jetzt bei Lufthansa mit dem CL, ich glaube CL irgendwas von Recaro, ist ja derselbe Sitz, den auch die Emirates einsetzen. Daran sieht man, dass der Sitz nicht schlecht ist. Also insofern sind wir mal gespannt, was da kommt und welche Details uns dann noch überraschen. Denn eine, ja, ich nenne es jetzt mal eine Scheißhausparole, ist auch, dass die First Class auch in den 350-900er eingebaut werden soll, weil die 340er nicht wiederkommt. Also insofern, lasst es uns erwarten und lasst uns überraschen von der Lufthansa positiv, was von der 777X kommt oder was nicht. Auch hier wieder schreibt es unten rein. Dann gibt es von IEG, das ist die Muttergesellschaft der British Airways und der Iberia unter anderem. Die haben die Air Europa gekauft. Ja, die wollten ja schon seit letztem, vorletzten Jahr 2019, glaube ich, die Air Europa übernehmen. Als Carrier-Kaufpreis war eine Milliarde Euro und der Deal ist über die Bühne gegangen, aber mit der Hälfte. Die haben nur 500 Millionen bezahlt. Und damit sind halt die Fluggesellschaften, ich zähle sie euch einfach nochmal auf, die British Airways, Aer Lingus, Vueling, Iberia, um einen Partner erweitert worden, die Air Europa. Wir warten jetzt auf die Kartellbehörden, ob sie dem zustimmen. Was passend zu dieser Geschichte ist, ist auch, dass Qatar Airways mit Iberia, beides ja One-World-Fluggesellschaften, ein Co-Share-Abkommen ausgebaut haben. Und zwar, Kunden von Qatar Airways können nun zu 40 Iberia-Zielen in Spanien und Lateinamerika unter QR-Code, also unter Qatar Airways-Code fliegen. Und im Gegenzug gibt es 36 Qatar Airways-Routen unter der Iberia-Flugnummer. Macht Sinn, beide sind ja wirklich bei der One-World-Alliance. Keine Woche ohne die 737 MAX. Ja, was soll ich sagen, wer Air Canada fliegen wird, wer also in den Genuss ist, in Kanada zu sein und da mit der 737 MAX fliegen möchte, kann das ab 1. Februar tun. Es wird in Kanada ungefähr, also Kanada Transport jetzt die nächsten Tage, da das Flugzeug wieder zulassen. Und dann kann das auch schon wieder losgehen. Man will also zuerst zwischen Toronto, Halifax, Montreal, Ottawa, Edmonton und Winnipeg fliegen. Und man versucht vielleicht sogar über den Atlantik zu fliegen. Also mal sehen, vielleicht gibt es von Toronto einen Direktflug mit der MAX nach Europa. Mal sehen. Also, nicht nur die A321XLR kann sowas. Also, lass es uns einfach mal abwarten. Wobei ich sage, wird nicht komfortabel in der Bude. Der nächste interessante Kandidat in Israel ist die Israel. Das ist eine Fluggesellschaft, wo der Rami Levi, der übrigens ein Inhaber einer Supermarktkette in Israel ist, auch neuer Besitzer von Israel, hat verfügt, dass die Airline zukünftig nicht mehr am Sabbat. Sabbat ist der heilige Tag bei den Leuten, die jüdischen Glaubens sind. Weil ja auch 95% der Geschäfte am Sabbat geschlossen sind. Und damit will er das einfach machen. Wir kennen das ja aus arabischen Ländern. Da wird zum Beispiel nicht freitags geflogen. Ganz einfach. Das ist einfach so. Und deshalb gibt es einen Ruhetag. Ja, und jetzt die Leute, die überlegt haben, ob sich Punkte bei IHG kaufen sollen oder nicht mit der 75%-Aktion. Und da gibt es halt unterschiedliche Angebote. Einige Angebote sind bei 3.000 bis 900 Punkten 50% Bonus. Dann gibt es erst die 75%. Mein persönliches Angebot ist, von 7.000 bis 19.000 Punkte bekomme ich 50%. Und erst ab 20.000 Punkte, wenn ich sie kaufe, bekomme ich diesen 75% Bonus. Wer diese Punkte maximal ausschöpfen will, kann 150.000 Punkte kaufen. Maximal. Kriegt dann 112.500 Punkte als Bonus. Das sind dann 262.500 Punkte. Das sind 1.500 US-Dollar, die ihr anlegen müsst. Wenn ihr wirklich überlegt, ob ihr es macht. Ich sage euch wirklich, macht es nur, wenn ihr einen Use Case habt. Ein Use Case ist immer dann, wenn ihr ein Hotelzimmer für weniger Geld mit den Punkten bekommt, als wenn ihr es direkt Cash bezahlt. Und noch ein anderer Hinweis, ich sage es der Fallen jetzt halber, ich habe maximale Punkte Promotions gesehen mit 100% Bonus. Das heißt also, die 150 sind auf nochmal 150 erweitert worden, dass man also 300.000 Punkte bekommt für 1.500 US-Dollar. Deshalb ein Semi-Deal. Also da müsst ihr einfach mal schauen. So, ja, das war es auch schon wieder. Ein bisschen weniger News diese Woche, weil ich wirklich busy war. Ich habe auch ein bisschen auf dem neuen Clubhouse-App rumgespielt. Wer sich mit mir connecten möchte, LF Corsten at Clubhouse, auch in den Shownotes. Da der, ne, Link ist es nicht, aber der Handle, dass ihr mich da adden könnt. Wir haben auch jeden Tag schon mehrfach einige interessante Calls gehabt, wo wir halt, ja, es sind ja Calls. Wir haben da halt gesprochen über Gott und die Welt. Wir haben da über die Lufthansa-Strategie gesprochen. Wir haben über unsere Reisenden gesprochen. Wir haben über Status gesprochen, über Meilen und so weiter und so fort. Also, wer daran interessiert ist, einfach mir folgen und dann kriegt ihr direkt ein Pop-up, wenn ich live gehe. Und wie immer, subscribe. Vergesst nicht, hier in YouTube zu subscriben. Irgendwo ist der Subscribe-Button und auch die Glocke, damit ihr da eine Nachricht kriegt, wenn ich eine neue Nachricht oder ein neues Video hochlade. Ansonsten in die Kommentarspalte, da natürlich ganz einfach auch euren Kommentar lassen und vor allem auch einen Daumen hoch. Wer einen Daumen runter machen möchte, kann das auch tun. Ihr seid herzlich eingeladen, Daumen runter auch zu machen. Ich freue mich natürlich mehr, wenn ihr einen Daumen hoch macht. Aber bitte eine Sache, schreibt doch, womit ihr unzufrieden seid, damit ich besser werden kann. Da freue ich mich. Aber einfach nur einen Daumen runter. Ist doch öde, ist doch fade, wie der Österreicher sagt. Und auch schade. Also, ich danke euch und auf eine super Woche. Also, bis bald und vielleicht auf Clubhouse.